Mein Name ist Trey Henson und die letzten Monate waren ein Wirbelwind von überwältigendem Stress. Alles begann mit dem verheerenden Verlust meiner Frau, mit der ich zehn Jahre verheiratet war, bei einem tragischen Autounfall auf einer vereisten Straße. Ich musste mich um unsere beiden kleinen Kinder kümmern und kämpfte darum, für sie stark zu bleiben und hatte das Gefühl, dass ich mich kaum auf den Beinen halten konnte. An meinen Tiefpunkten habe ich sogar darüber nachgedacht, wer sich um meine Kinder kümmern würde, wenn ich nicht mehr da wäre. Doch ihre Anwesenheit, verbunden mit der Erinnerung an meine Frau, gab mir Halt, denn sie war die einzige lebende Verbindung, die ich zu ihr hatte. Die Rückkehr in das Haus, in dem wir einst glücklich waren, wurde nach ihrem Tod zu einer unerträglichen Aufgabe. Der Gedanke, in demselben Bett zu schlafen, in dem unsere Liebe erblühte, wurde unmöglich. Ich bat einen ihrer engen Freunde um Hilfe, um ihre Habseligkeiten aus dem Haus zu schaffen, da ich die Erinnerungen an unser gemeinsames Leben nicht ertragen konnte. Selbst wenn ich durch unser Viertel fuhr, kamen mir die Tränen, und ich beschloss, woanders einen Neuanfang zu baden. Als ich meinen Chef auf eine Versetzung ansprach, um mich von diesen schmerzhaften Erinnerungen zu befreien, überraschte er mich mit einem Angebot für eine Stelle in Sparta, die durch die Kündigung eines Kollegen plötzlich frei geworden war. Das war eine Chance für einen Neuanfang, die ich gerne annahm. Wir verschwendeten keine Zeit mit dem Umzug und brachten unser Haus schnell auf den Markt. Meinen Kindern schilderte ich den Umzug als aufregendes Abenteuer, obwohl sie immer noch die Hoffnung hegten, dass Mama später nachkommen würde. Es wurde erwartet, dass der Verkauf des Hauses nach Abzug der Abschlusskosten kostendeckend sein würde und nur wenig Eigenkapital übrig bliebe. Da der Umzug so schnell vonstatten ging, entschied ich mich für eine vorübergehende Lösung und fand ein angenehmes Haus zur Miete. Die Idee, ein neues Haus zu kaufen, war in Anbetracht der Umstände zu vorheilig. Neben der Organisation unserer Wohnung und der Unterbringung unserer Habseligkeiten konzentrierte ich mich darauf, eine geeignete Kinderbetreuung für meine Kinder zu finden, während ich mich um die Arbeit kümmerte. Ich setzte sie auf eine Warteliste für eine nahegelegene Kindertagesstätte und fand unsere Nachbarn unglaublich freundlich, die mir mehrere Empfehlungen für einen Ganztagsbetreuer gaben. Nach drei Vorstellungsgesprächen entschied ich mich für Emily, eine College-Studentin, die in der Nähe wohnt, und wir einigten uns auf einen Tarif. Glücklicherweise war sie sofort verfügbar, was für meine Situation entscheidend war. Am wichtigsten war, dass wir besprachen, wie sie mit den Fragen der Kinder nach ihrer Mutter umgehen sollte. In meinem neuen Job musste ich bereits aufholen, bevor ich offiziell anfing. Ich fand mich am ersten Samstag in unserer neuen Stadt auf der Arbeit wieder und hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich meine Kinder bei einer neuen Person ließ. Emily schien jedoch unbeeindruckt zu sein, und ich gab ihr zusätzliches Geld für Leckereien, damit sie sich gut benahm. Als ich an diesem Samstagabend nach Hause kam, war ich fast erschöpft. Als ich eintrat, empfing mich der Duft von etwas Leckerem, obwohl ich Emily Geld für eine Pizza gegeben hatte. Zu meiner Überraschung war es keine Pizza, Emily hatte sich mit der Zubereitung des Abendessens für uns mehr als nur Mühe gegeben. Ich notierte mir, dass ich ihr an diesem Abend ein großzügiges Trinkgeld geben würde. Die Kinder stürzten begeistert zu mir. Daddy, Mama beverleih ist unglaublich. Sie hat uns beim Keksebacken helfen lassen. Probier mal einen. Mama beverleih? Fragte ich mich und nahm einen Bissen von dem Keks, den meine Tochter mir eifrig reichte. Er war fantastisch, mit Schokoladenstückchen und Picanos, meine Lieblingssorte. Aber diese Mama beverleih verwirrte mich. Als ich in die Küche ging und erwartete, Emily zu finden, traf ich auf eine attraktive Frau, die ein paar Jahre älter war als ich und gerade das Abendessen zubereitete. Als sie meine Überraschung bemerkte, lächelte sie und sagte, entspannen Sie sich, das Essen ist bald fertig. Ich war völlig fassungslos. Wo ist Emily? Ich habe sie nach Hause geschickt, Mister. Hansen. Es ist nicht nötig, dass wir beide hier sind. Ihre Kinder sind so gut erzogen, sie haben überhaupt keinen Ärger gemacht. Ist etwas passiert, das Emily veranlasst hat, zu gehen und sie zu bitten, zu übernehmen? Nein, Emily geht es sehr gut. Sie war schon immer ein nettes Mädchen. Sie strebt eine Karriere als Ärztin an, weißt du. Entschuldigen Sie, aber wer sind Sie und was machen Sie in meinem Haus? Sie gluckste. Ich bin Beverleih, die andere Hälfte dieses Haushalts. Sie sagte das, als wäre damit alles geklärt. Ich begann mich zu sorgen. Hier war diese Frau, die meine Kinder beaufsichtigte, und ich hatte keine Ahnung, wer sie war oder welche Absichten sie hatte. Ein Hauch von Sarkasmus schlich sich ein. Es tut mir leid, aber ich habe dieses Haus von Alfred Wilson gemietet, und ich war nicht darüber informiert, dass eine Ehefrau dazugehört. Sie warf mir einen strengen Blick zu. Das zeigt nur ihre Unwissenheit. Dieser Alfred, ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Ich habe ihm die besten Jahre meines Lebens gewidmet, und er denkt, er kann mich gegen eine andere Frau eintauschen. Dieses Haus gehört mir genauso wie ihm, und ich werde nirgendwo hingehen. Ich habe mich gefragt, was ich tun würde, wenn ich zurückkäme und jemand anderes hier wohnen würde. Dann komme ich an, und was entdecke ich? Eine fertige Familie, die darauf wartet, dass ich mich ihr anschließe. Sie sind die Frau von Alfred? Er nennt mich seine Ex, aber es gibt keine offizielle Scheidung. Wir sind rechtlich getrennt, obwohl Alfred diese Entscheidung vor langer Zeit ohne meine Zustimmung getroffen hat. Nicht, dass ich in der gleichen Postleitzahl wie dieser betrügerische Mann leben möchte. Es tut mir leid, aber ich habe Probleme zu verstehen, was hier vor sich geht. Sie schien frustriert zu sein. Lassen Sie mich das klarstellen. Sie holte ihre Handtasche und zog ihren Führerschein heraus, auf dem Beverleihwilson mit der Adresse dieses Hauses eingetragen war. Ich wette, Sie haben keinen Führerschein mit dieser Adresse, also würde ich sagen, ich habe mehr Beweise, dass ich hierher gehöre als Sie. Aber Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde Sie und Ihre bezaubernden Kinder nicht rauswerfen. Die Details, wer wo schläft, können wir später klären. Aber jetzt kannst du dich erst einmal um deine Angelegenheiten kümmern, während ich das Abendessen fertig mache. Ich ging wie benommen durch das Wohnzimmer, aber die Kinder holten mich schnell in die Realität zurück. Sie waren immer noch ganz aufgeregt wegen ihrer Zeit mit Mama Beverleih. Während ich versuchte, meine Gedanken zu sammeln, wurden wir zum Abwasch für das Abendessen gerufen. Vor dem Essen sprach Mama Beverleih mit uns das Tischgebet. Ich war angenehm überrascht, wie behutsam sie meinen jüngsten Verlust würdigte, ohne die Kinder zu verunsichern. Zum Abendessen gab es einen herzhaften Braten mit allem drum und dran, der mich an die von meiner Mutter gekochten Mahlzeiten meiner Kindheit erinnerte. Trotz ihrer geistigen Macken konnte diese Frau kochen. Wir unterhielten uns während des Essens angeregt, die Kinder erzählten von ihrem Tag, während ich Beverleih meinen Beruf beschrieb, die aufrichtig interessiert und beeindruckt schien. Ich vermied es absichtlich, mich in ihr Leben einzumischen, da ich bereits einen Plan im Kopf hatte und keine potenzielle Unruhe stiften wollte. Mein Angebot, beim Abwasch zu helfen, lehnte sie ab, aber zu meiner Überraschung meldeten sich meine Kinder freiwillig, mit der Begründung, sie würden sich in der Küche besser auskennen als sie. Allerdings deutete sie subtil an, dass der Müll aufgeräumt werden müsse. Ich habe die Botschaft verstanden. Nachdem ich mich darum gekümmert und in mein Büro zurückgezogen hatte, tätigte ich den Anruf, den ich vorhin machen wollte. Alfred, ich bin's, Tri Hensen. Ich habe ein Problem mit dem Haus. Ich habe dir Nummern von Klempnern und so hinterlassen. Ruf sie einfach an und schick mir die Rechnung. Es ist kein physisches Problem mit dem Haus, es ist. Ich kam nach Hause und fand ihre Frau hier. Sie behauptet, sie gehöre zum Haus. Oh, verdammt. Sie hätten mich informieren sollen, bevor sie rauskommt. Das tut mir leid. Inzwischen haben sie vielleicht meine Ex-Frau Beverleih kennengelernt. Sie ist... Nun ja, sie ist geistig verwirrt. Alfred, sie hat meinen Babysitter weggeschickt und den Tag allein mit meinen Kindern verbracht. Du hättest mich warnen müssen. Du hast meine Kinder in Gefahr gebracht. Nein, nein, deine Kinder waren nicht in Gefahr durch sie. Sie ist nicht gewalttätig, auch wenn sie nicht ganz da ist. Eigentlich kann sie gut mit Kindern umgehen. Der Schock über die Scheidung hat sie in einen ständigen Zustand der Wahnvorstellung versetzt. Sie weiß, dass wir nicht mehr zusammen sind, aber sie denkt, dass sie immer noch in unser altes Haus gehört. Sobald wir aufgelegt haben, werde ich das Büro des Sheriffs kontaktieren und sie wegbringen lassen. Dann werde ich eine einstweilige Verfügung erwirken. Es tut mir wirklich leid. Als ich Alfreds Plan hörte, fiel mir ein Stein vom Herzen. Da ich immer noch zu unruhig war, umzusitzen, lief ich im Haus umher. Es dauerte nicht lange, bis mir auffiel, dass die untere Etage aufgeräumt war und nicht mehr an das Umzugschaos erinnerte. Beverleih fand mich und schien meine Gedanken zu begreifen. Ich habe die leeren Kartons im Schuppen verstaut. Da musste ich sowieso meine alten Sachen rausholen. Wie bitte? Alfred hat meine Sachen dort verstaut, bis ich mir überlegt habe, was ich damit machen soll. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass er es in meinem Zimmer lassen soll, aber er wollte unbedingt alle Spuren von mir verwischen, während ich weg war. Und falls du dich wunderst. Mein Zimmer war früher das Gästezimmer. Das Elternschlafzimmer habe ich schon vor Jahren aufgegeben. Wegen des Schnarchens und der anderen Gäste habe ich allein geschlafen, entschuldigen sie meine Ausdrucksweise. Sie wechselte schnell das Thema. Ich stehe jeden Morgen früh auf, also werde ich versuchen, leise zu sein, wenn ich Kaffee und Frühstück mache. Mr. Hansen, haben Sie besondere Wünsche für das Sonntagsfrühstück, für Sie oder die Kinder, und wann soll es fertig sein? Beverleih, ich bin Ihnen wirklich dankbar für alles, was Sie heute für uns getan haben. Sie waren fantastisch. Aber denkst du nicht, dass die Leute darüber tratschen könnten, dass du hier mit einem jüngeren und verheirateten Mann lebst? Ich hoffe es. Und ich bin nicht viel älter als du, und ich bin in Topform. Ich habe übrigens gemerkt, dass du meine Vorzüge zu schätzen weißt. Außerdem denken einige Nachbarn wahrscheinlich, dass ich der Grund dafür bin, dass mein Mann uns verlassen hat. Die meisten hier sind meine Freunde. Sie haben meine Situation mit Alfred verstanden, und sie werden auch das hier verstehen. Jeder, der deine Situation kennt, versteht, dass du eine Ersatzmutter für deine Kinder brauchst, zumindest im Moment. Und hey, es kann doch nicht schaden, eine Ersatzfrau zu haben, oder? Nicht jeder bekommt ein fertiges Familien- und Hauspaket wie dieses. Ihr Angebot, die Ersatzfrau zu spielen, beunruhigte mich, aber ich wusste, dass es bei jemandem, der psychisch angeschlagen ist, riskant sein könnte, ihren Wahn herauszufordern. Trotz der Warnungen von Alfred hatte ich immer noch Zweifel, ob es sicher war, in ihrer Nähe zu sein. Ich hatte kein Interesse daran, herauszufindeln, was sie damit meinte, eine Ersatzfrau zu sein, auch wenn ich nicht leugnen konnte, dass sie eine beeindruckende Figur hatte. Ich ging die Treppe hinauf und sah mir das Gästezimmer an. Es hatte sich von einem leeren Raum in ein vollständig eingerichtetes und dekoriertes Zimmer verwandelt, mit ihren Kleidern im Kleiderschrank. Als ich das Hauptschlafzimmer betrat, fand ich meine persönlichen Gegenstände fein säuberlich geordnet vor, was mich ungläubig zurückließ. Mein Telefon unterbrach meine Gedanken. Es war Emily. Hi, Mr. Hanson. Ich wollte mich nur kurz melden. Ich freue mich sehr, dass Mrs. Wilson bei Ihnen ist. Als ich jünger war, war sie wie die Mutter aus der Nachbarschaft. Alle waren froh, dass sie wieder da war. Sie kann gut mit Kindern umgehen und führt ein wunderbares Haus. Emily, ich bin neugierig, was hat sie gesagt, warum sie hier ist? Ich weiß nicht wirklich viel über sie, außer dem, was ihr Ex-Mann und sie mir erzählt haben. Sie scheint zu glauben, dass sie dazu bestimmt ist, im Haus zu bleiben, und ich soll das akzeptieren. Mr. Hanson, wenn man bedenkt, was sie alles in dieses Haus und ihre Familie gesteckt hat, kann ich ihr das nicht verübeln. Ihr Mann hat sie furchtbar behandelt. Keiner hat ihn vermisst, als er ging. Er ließ sie sogar in eine psychiatrische Anstalt einweisen. Aber sie haben mit ihr ein Juwel, eine fantastische Köchin und Haushälterin. Sie haben Glück. Ehrlich gesagt, solltest du versuchen, eine gemeinsame Basis mit ihr zu finden. Bist du nicht verärgert darüber, dass sie heute deinen Job übernommen hat? Ich dachte, du brauchst das Geld. Es hätte geholfen, aber ich würde sie lieber wiedersehen. Sie hat so viele gute Erinnerungen wachgerufen. Als ich sie sah, konnte ich nicht widerstehen, sie zu bitten, ein paar ihrer berühmten Kekse zu backen. Ich habe die, die sie mir gegeben hat, bereits verschlungen. Auf Wiedersehen, Diet. Ich muss allerdings noch mehr trainieren, um mir etwas zu gönnen. Wie auch immer, ich muss los. Ich habe eine Verabredung. Pass auf dich auf und viel Glück. Grüß deine Kinder von mir. Ich würde trotzdem gerne mal auf sie aufpassen. Bevor ich mein Gespräch mit Emily verarbeiten konnte, wurde ich von der Türklinie unterbrochen. Ein paar Hilfsheriffs standen vor der Tür. Ich bat sie herein und wartete, bis ich Beverleih ins Wohnzimmer rufen konnte. Seltsamerweise schien sie sich fast zu freuen, sie zu sehen. Um die Kinder abzuschirmen und eine mögliche Konfrontation zu vermeiden, brachte ich sie in ihre Zimmer, um weiter auszupacken, und wartete, bis ich die Autos wegfahren hörte, bevor ich die Treppe wieder hinunterging. Am Fuße der Treppe entdeckte ich Beverleih, die den Abwasch erledigte, als ob nichts Besonderes passiert wäre. Vorsichtig fragte ich sie nach den Hilfsheriffs. Tommy ist ein guter Junge. Er war in der Higgs-Schule mit meiner Tochter zusammen. Er ist auf einer wilden Verfolgungsjagd hierher gekommen. Alfred hat versucht, mich wieder wegbringen zu lassen. Ich zeigte Tommy meine Entlassungspapiere aus der Anstalt, in denen stand, dass ich keine Gefahr darstelle und entlassen wurde. Alfred behauptete, ich sei unbefugt eingereist. Ich habe meine Papiere. Das Haus läuft auf unser beider Namen. Er hatte kein Recht, es ohne meine Zustimmung zu mieten. Bei unserer sogenannten Scheidung geht es um die Eigentumsverhältnisse. Wir haben so lange gestritten, dass sich keiner von uns einen Anwalt leisten kann, um die Sache zu regeln. Technisch gesehen habe ich das gleiche Recht, dich zu bitten, das Haus zu verlassen, wie Alfred, es an dich zu vermieten. Ich nehme an, ich sollte mir eine andere Wohnung suchen. Das ist Unsinn. Ich habe deine Kinder lieb gewonnen. Sie brauchen eine Mutter, und du brauchst zumindest eine Haushälterin. Den Rest können wir später klären. Du siehst nicht schlecht aus, weißt du. Lass uns von Tag zu Tag gehen. Du willst die Kinder doch nicht so schnell wieder stören, oder? Denken Sie an sie. Ein Kindermädchen im Haus? Das machte Sinn, aber ein Kindermädchen, das psychisch krank ist und anscheinend nicht nur für den Haushalt zuständig ist, machte mir Sorgen. Es war Schlafenszeit. Ich nahm ein Schlafmittel und zog mich zurück. Beverleih brachte die Kinder ins Bett und lass ihnen auf ihren Wunsch hin vor, nicht ich. Der Sonntagmorgen brach an, und ich fand meine Kinder am Frühstückstisch, wo sie Pfannkuchen und Speck verschlangen. Beverleih versicherte mir, dass mein Frühstück in Kürze fertig sein würde. Nachdem ich mir eine Tasse Kaffee geholt hatte, nahm ich Platz. Beverleih, dieser Kaffee ist anders, auf eine gute Artikel. Welche Marke ist es? Zirkow. Er kommt aus Costa Rica. Ich habe ein paar Säcke gefunden, als ich meine Sachen aus dem Schuppen geholt habe. Ich bestelle ihn bei einem Missionsprogramm, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe. Sie verkaufen es, um ihre Arbeit zu unterstützen. Und das Beste daran? Es ist so stark, wie du willst, ohne jede Bitterkeit. Freut mich, dass es dir schmeckt. Es gibt nur einen Ort in den Staaten, an dem man es bestellen kann. Das muss teuer sein. Lass mich dir das Geld zurückzahlen. Blödsinn. Ich genieße es auch. Sieh es als meinen Beitrag zu unserer neuen Familie. Ich habe mich fast verschluckt, als sie es als unsere Familie bezeichnete. Beverleih, wenn die Kinder fertig sind, müssen wir uns unterhalten. Sie sah düster aus. Das hat Alfred auch gesagt, bevor er mich einweisen ließ. Nein, ich möchte nur unsere Vereinbarung hier besprechen. Beverleih hältte sich auf. Danke, Trey. Darf ich sie Trey nennen? Ich nickte. Wir brauchen ein paar Grundregeln. Ich habe vielleicht ein paar unkonventionelle Methoden. Daran hatte ich keinen Zweifel. Die Kinder gingen weg, um Zeichentrickfilme zu sehen. Eine Verhandlung zwischen ihnen und Beverleih über die Wahl der Sendung. Ein ständiger Kampf zwischen der Darstellung der Eltern. Wenn sie in letzter Zeit keine Zeichentrickfilme für Kinder gesehen haben, werden sie überrascht sein, wie wenige Eltern mit durchschnittlicher Intelligenz dargestellt werden. Wir füllten unseren Kaffee nach und setzten uns in die Küche, um zu klaudern. Beverleih wollte den Anfang machen. Trey, obwohl das hier eigentlich mein Haus ist, würde ich nicht im Traum daran denken, dich und die Kinder zu bitten, zu gehen. Ich schlage dir Folgendes vor, und dann kannst du Fragen stellen. Ich werde hier mietfrei wohnen, ohne Nebenkosten oder Lebensmittel. Im Gegenzug kümmere ich mich um die Kinder, die Wäsche, die Reinigung, den Einkauf und das Kochen. Ich brauche ein Taschengeld für Lebensmittel und wenn ich mit den Kindern Kleidung einkaufe. Eine Kreditkarte für diese Ausgaben, die monatlich bezahlt wird, wäre am einfachsten. Klingt vernünftig. Ich bin noch nicht fertig. Es ist schwer, darüber zu sprechen, da wir uns noch nicht lange kennen. Ein Teil meiner Probleme mit Alfred hatte mit Intimität zu tun. Er war untreu und behauptete, mir fehle es an Begeisterung im Bett. Ich sagte ihm, dass seine schlechte Leistung nicht gerade meine Begeisterung weckte. Die Frauen, mit denen er anstelle von mir zusammen war, täuschten Begeisterung vor, aber dafür bezahlte er sie ja, um Himmels Willen. Ich schlug vor, er solle mich dafür bezahlen, dass ich es auch vortäusche. Nach diesem Gespräch hatten wir nie wieder Sex. Trey, auch wenn ich älter bin als du, ist meine Libido jetzt stärker. Es ist schon eine Weile her. Ich hoffe, das stört dich nicht, aber ich möchte mit dir intim werden. Ich habe vielleicht mehr Falten als Frauen in deinem Alter, aber alles, was einen Mann erfreuen kann, funktioniert noch gut. Ich hoffe, du nimmst die Gelegenheit wahr, es herauszufinden. Ich denke, du wirst nicht enttäuscht sein. Wenn du einverstanden bist, will ich manchmal Liebe machen, manchmal nur Sex. Ich habe einen konkreten Vorschlag, um es einfacher zu machen. Lass uns heute Abend ins Bett gehen und sehen, was passiert. Wenn es keinem von uns Spaß macht, bleiben wir bei unseren Rollen. Wir brauchen Zeit für Verabredungen außerhalb des Hauses. Wenn es uns beiden Spaß macht, dann können wir zusammen glücklich sein. Wenn das zu abwegig klingt, können wir ein Auszugsdatum für dich und die Kinder festlegen. Ich werde dir genügend Zeit geben. Was sagst du dazu? Ich sah Befallai mit anderen Augen an. Sie war älter, aber sie hatte nur wenige Falten und ihre Figur war immer noch attraktiv. Sie war attraktiv, ohne das Etikett, für ihr Alter. Ich war in Versuchung. Es war schon lange her, dass ich mit einer anderen Frau zusammen gewesen war. Mein Verlangen war offensichtlich und das Angebot war verlockend. Befallai, warum schauen wir nicht? Was passiert, wenn wir heute Abend ins Bett gehen? Okay. Der Rest des Sonntags war ein chaotischer Strudel in meinem Kopf. Wir gingen mit den Kindern in einen Park und später in eine Pizzeria. Als ich ihnen beim Spielen zusah und dann auf dem Heimweg im Auto eindöste, wurde ich die Frage nicht los. Würden sie wieder ein Zuhause haben? Dass sie Befallai so schnell in ihr Leben aufnahmen, erstaunte mich. Kinder sind unverwüstlich, aber das ging zu schnell nach dem Tod ihrer Mutter. An diesem Abend bereitete Befallai ein einfaches Abendessen zu und die Kinder machten kein Aufhebens- und die Schlafenszeit. Sie waren schon weg, bevor sie auch nur ein halbes Buch zu Ende gelesen hatte. Sie kam ins große Schlafzimmer und stand in der Tür, die von der Flurbelüchtung erhellt wurde. Langsam entkleidete sie sich und jedes Kleidungsstück, das sie fallen ließ, steigerte die Vorfreude. Als sie ganz nackt war, gab es nichts mehr an ihrem Körper auszusetzen. Sie betrat das Zimmer und schloss die Tür ab. Dreh, lass mich diesmal die Führung übernehmen. Ich lehnte mich zurück und hoffte, dass ich es länger als ein paar Sekunden aushalten würde. Ihre tiefen, leidenschaftlichen Küsse wanderten über meinen Körper und mein Verstand drängte mich. Komm endlich zur Sache. Und das tat sie schließlich auch. Es dauerte nicht lange, aber ich war überrascht, wie schnell ich mich erholte. Bald erkundeten wir verschiedene Stellungen und unsere Leidenschaft gipfelte noch vor dem Morgen in einem Rausch. Die Arbeit rief und verkürzte unsere Zeit. Im Büro kämpfte ich damit, die Ereignisse des Wochenendes zu verarbeiten. Ich stürzte mich in die Arbeit, um meinem Geist eine Verschnaufpause zu gönnen. In den folgenden Wochen stellte sich bei mir und den Kindern zu Hause eine angenehme Routine ein. Doch mit Beverleih war jede intime Begegnung alles andere als Routine. Sie war leidenschaftlich, experimentierfreudig und einfühlsam. Anfänglich von Lust getrieben, wandelten sich meine Gefühle. Neben der Hausarbeit fand ich Gefallen an ihrer Gesellschaft und ihren Gesprächen. Ich bemerkte nur minimale Anzeichen einer Geisteskrankheit, die ich befürchtet hatte. Ihre Interaktion mit den Kindern verfestigte unseren Übergang in diese neu gestaltete Familie weiter. Ich war gerade in eine kritische Recherche an meinem Schreibtisch vertieft, als mein Handy klingelte. Zunächst verärgert über die Unterbrechung, blickte ich auf das Display und stellte fest, dass Emily anrief. Mr. Hanson, es gibt ein großes Problem. Ich habe die Kinder bei mir. Mrs. Wilson wurde zu einer psychiatrischen Untersuchung eingeliefert. Ihr Ex-Mann hatte ihr einen Haftbefehl wegen Hausfriedensbruchs zugestellt und die Dinge gerieten außer Kontrolle. Sie hatte einen Nervenzusammenbruch, musste gefesselt werden und dürfte mich anrufen, um auf die Kinder aufzupassen. Sie hätte dich angerufen, aber ich war näher dran. Ich habe bald eine Vorlesung, kannst du also nach Hause kommen, oder soll ich sie bei dir im Büro abliefern? Ich bin gleich da. Ich eilte nach Hause und kümmerte mich um die Kinder. Sie waren erschüttert von dem, was sie während des Gottesdienstes gesehen hatten, und fürchteten um die Sicherheit von Mama Beverleih. Ich tat mein Bestes, um sie zu beruhigen, und ein Ausflug zu McDonalds konnte ihre Tränen schließlich lindern. In der Zwischenzeit suchte ich nach einer Lösung. Ich rief Alfred an, der sichtlich verärgert war. Er bestand darauf, dass es laut Gericht nur ihn etwas anginge, obwohl er und Beverleih Mitteigentümer des Hauses waren. Er gab zu, dass er versucht hatte, sie zum Verkauf ihres Anteils oder der gesamten Immobilie zu bewegen, um das Eigenkapital aufzuteilen, aber sie war fest entschlossen, das Haus zu behalten, da sie in einer finanziellen Patsituation steckte. Dieses Gespräch führte mich zu einer Entscheidung. Danach wandte ich mich wegen Beverleih an die Behörden. Es war schwierig, Informationen über ihren Zustand zu bekommen, da ich kein Verwandter war. Selbst die Behauptung, sie sei meine Angestellte, brachte keine Details. Schließlich fand ich heraus, wann ich sie besuchen konnte, mehrere Tage später. Mit Emilies Hilfe und der Unterstützung ihrer Mutter und eines Freundes arrangierten wir einen Kinderbetreuungsplan. Als ich Beverleih endlich sah, wirkte sie erschöpft. Kein Make-up, zerzaustes Haar und leblose Augen. Als sie mich sah, brach sie in Tränen aus. Es tut mir leid, Dreh. Geht es den Kindern gut? Den Kindern geht es gut, aber sie vermissen dich. Und ich vermisse dich auch? Wirklich? Das bedeutet mir sehr viel. Bitte sag ihnen, wie sehr ich sie auch vermisse. Beverleih, wie kommen sie zurecht? Weißt du, wann du entlassen wirst? Es wird eine Weile dauern. Weitere Untersuchungen, Therapien und noch mehr verdammte Medikamente, von denen ich nur benebelt werde. Vielleicht ziehen sie es dann in Betracht, mich gehen zu lassen. Können sie eine Verzichtserklärung beantragen, damit ich mich über ihren Zustand informieren kann? Fragen sie die Pflegedirektorin. Sie wird es wissen. Es tut mir leid, Dreh. Ihr habt euch alle wie eine Familie gefühlt. Das habe ich verloren, als sie sagten, sie müssten mich aus dem Heim holen. Ich sprach mit der Pflegedienstleiterin, um Informationen über Beverleih zu erhalten. Sie erkundigte sich nach meiner Beziehung zu ihr und erwähnte, dass ein Vormund ihre Entlassung beschleunigen würde. Ich verfolgte das Verfahren. Beverly wurde von einem Team von Fachleuten untersucht, und ich beantragte, ihr Vormund zu werden. Da ihr Ex-Mann kein Interesse zeigte und ihre erwachsenen Kinder nicht verfügbar waren, wurde mir nach einer Anhörung die volle Vormundschaft übertragen. Wochen später kehrte Beverleih unter meiner Obhut nach Hause zurück. Das Wiedersehen war emotional, aber auch freudig. Ich ließ die Kinder so viel Zeit mit ihr verbringen, wie sie wollten. Als ich die beiden beobachtete, fiel mir auf, dass Beverleih abgenommen hatte, und ich hoffte, dass sie ihr Gewicht wieder erlangen würde. Ihre Kochkünste waren offensichtlich, aber ich schlug vor, zur Abwechslung mal auswärts zu essen. Ich nahm an, dass ihre Drohung, mir die Eier abzuschneiden, wenn ich etwas anderes vorschlüge, nur ein Scherz war. Nachdem die Kinder im Bett waren, kam Beverleih zur Couch und suchte Trost. Trey, magst du mich wirklich? Ich weiß, du warst nett zu mir, aber war es Liebe oder Bequemlichkeit? Ihre Frage stach. Beverleih, du bist mir wirklich wichtig. Auch wenn ich dich jetzt nicht liebe, glaube ich, dass es eine Liebe ist, die wachsen kann. Ich weiß alles zu schätzen, was du für die Kinder, dieses Haus und mich getan hast, wirklich. Auch wenn es nur eine kurze Zeit war, möchte ich dich für immer in unserem Leben haben. Mein Zögern hat nichts mit meinen Gefühlen zu tun, sondern damit, dass ich den Eindruck vermeiden will, dass der Verlust meiner Frau mich zurückwirft. Ich hoffe und freue mich auf eine gemeinsame Zukunft. Trey, was soll ich wegen Alfred tun? Gerade als ich das Gefühl hatte, dass die Dinge besser werden, macht er wieder alles kaputt. Ich bin versucht, ihm meine Hälfte des Hauses zu geben und damit fertig zu werden, aber das würde ihn nur zu glücklich machen. Das kannst du nicht tun. Warum nicht? Die andere Hälfte des Hauses gehört ihm nicht mehr. Wem dann? Dein potenzieller zukünftiger Ehemann. Ich habe gehört, dass er und seine Kinder mit dem Haus mitkommen. Beverleih lehnte sich zurück und verstand, was ich damit sagen wollte. Glaubst du, mein Vormund wäre damit einverstanden, dass ich heirate? Ich ließ meinen Kuss als Antwort auf ihre Frage gelten. Beverleih, bist du auf meinen blauen Nadelstreifenanzug gestoßen? Ja, Trey. Er ist in der Reinigung. Aber er war nicht schmutzig und ich wollte ihn heute tragen. Trey, Schatz, wer kümmert sich hier um die Wäsche, du oder ich? Wenn du dich um die Hausarbeit kümmern willst, bitte sehr. Nein, ich wünschte nur, du hättest vorher mit mir gesprochen. Schatz, wenn ich dich bei jeder Entscheidung im Haushalt fragen würde, kämpfst du nie ins Büro. Zieh einen anderen Anzug an und geh zur Arbeit. Dieser Vorfall ließ bei mir die Alarmglocken leuten, seit Alfred mich bei der Hausschließung gewarnt hatte. Ich war bereit, ihn zur Rede zu stellen, aber er war da, um mir einen Rat zu geben. Trey, Beverleih hat eine bipolare Störung, früher bekannt als manische Depression. Selbst mit Medikamenten neigt sie zur manischen Seite. Es ist unglaublich, in diesen Zeiten mit ihr zusammen zu sein, aber sie müssen ihre Medikamente überwachen. Es kann sein, dass sie die Medikamente unangekündigt absetzt. In ihrer manischen Phase ist sie sehr energiegeladen, hat exzessive Projekte und ein großes Kontrollbedürfnis. Wenn sie herausgefordert wird, sieht sie andere als Feinde an. Wenn das passiert, gehen sie mit den Kindern weg. Später wird sie in eine tiefe Depression fallen und möglicherweise eine Gefahr für sich selbst darstellen. Sie wird sich entschuldigen, aber sie wird keine Verantwortung übernehmen. Das ist ein mehrjähriger Kreislauf. Unsere Kinder haben ihre Vormundschaft nicht aus Liebe zu ihr angefochten, aber sie haben jetzt ihr eigenes Leben. Trey, ich würde dir empfehlen, einen Therapeuten aufzusuchen, wenn du unbedingt bei ihr bleiben willst. Du wirst Anleitung brauchen, um ihre eskalierende Manie zu erkennen, sie zu bremsen und sie davon zu überzeugen, Hilfe zu suchen. Viel Glück dabei. Ich habe es nie geschafft. Zuerst dachte ich, dass Alfreds Worte aus Bitterkeit kamen und ließ seinen Vorschlag, eine Therapie zu machen, von sich. Ich blieb eine Zeit lang aufmerksam zu Hause, bemerkte aber nichts, was mir an Beferlei merkwürdig vorkam. Nach allem, was ich sehen konnte, wirkte sie durchweg positiv. Beferlei und ich heirateten etwa drei Monate, nachdem ihre Scheidung von Alfred abgeschlossen war. Ich erklärte ihr, dass wir diese Zeit brauchten, damit ich genügend Urlaubstage für unsere Flitterwochen sammeln konnte. Wo könnte ein frisch verheirateter Mann mit zwei Kindern seine Flitterwochen verbringen? Disney World mit den Kindern Beferlei war der Meinung, dass es noch zu früh sei, um die Kinder bei jemand anderem zu lassen. Wir hatten einen Riesenspaß, auch wenn es unsere Geduld strapazierte, zu oft, It's a small world, zu hören. Sie war eine liebevolle, aber strenge Mutter, strenger als meine erste Frau oder ich es gewesen wären. Die Kinder wehrten sich anfangs ein wenig und sagten. Aber Mama hat uns das nie gemacht, aber das legte sich. Wir gewöhnten uns an eine Routine ohne größere Auseinandersetzungen. Mir fiel auf, dass Beferlei trotz ihres Alters mehr Energie hatte, was sie jünger erscheinen ließ. Nach allen Maßstäben waren wir eine glückliche Familie. Die Jahre vergingen, unsere Bindung wurde stärker. Ich genoss es, mit ihr zusammen zu sein, und meine Liebe reifte. Ich wusste, dass ein Teil davon daher rührte, dass wir jemanden brauchten, der die Rolle der Mutter und Hausfrau ausfüllte, die uns genommen wurde. Und ich gebe zu, eine willige und talentierte Partnerin im Bett zu haben, erleichterte den Übergang. Mommy Beferlei wurde zum Liebling der neuen Generation von Kindern in unserer Nachbarschaft. Kekse waren die universelle Sprache der Liebe. Neben unseren eigenen beiden Kindern fand ich oft weitere Kinder in unserem Haus. Lachen war eine Konstante, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Natürlich gab es auch Momente, in denen geweint wurde, aber das geschah in der Regel vor lauter Lachen und nicht aus Traurigkeit oder Schmerz. Ich bewunderte, wie Beferlei das schaffte, was anderen vielleicht chaotisch erschienen wäre. Als Ehemann bemühte ich mich bewusst, Beferlei nicht als selbstverständlich zu betrachten, ein Fehler, den ich bei meiner ersten Frau gemacht zu haben glaubte, obwohl sie mir vielleicht widersprochen hätte, wenn ich sie gefragt hätte. Gelegentlich schlichen sich Gedanken über meine erste Frau ein, ich fragte mich, ob ich meine Liebe mehr hätte ausdrücken oder besser zeigen sollen. Ich wollte die Versäumnisse der Vergangenheit mit Beferlei nicht wiederholen. Jedes Kompliment, jedes spontane Geschenk oder jeder Blumenstrauß trieb ihr Tränen der Freude in die Augen. Offensichtlich war Alfred nicht derjenige gewesen, der seine Liebe oder Zuneigung offen zum Ausdruck brachte. Aber Beferlei gab mir das Gefühl, geschätzt zu werden. Sie machte immer wieder Pausen, um ihre Töchter aus ihrer früheren Ehe und deren Familien zu besuchen. Bei der Geburt ihres ersten Enkelkindes war es schwierig, sie zu überzeugen, nach Hause zurückzukehren. Doch ein Anruf meiner Kinder, wie sehr sie sie vermissten, veranlasste sie, für den nächsten Tag einen Rückflug zu buchen. Dann nahm das Leben eine Wendung, die dunkle Seite kam zum Vorschein. Wir waren an einem schönen, windigen Tag mit blühenden Blumen in einem nahegelegenen Park, als es zu einem unerwarteten Zwischenfall kam. Emi, unsere Tochter, verirrte sich, um einen Frisbee aufzuheben, und rannte dabei einen Pitbull an. Der Hund griff sie an, bevor ich sie rechtzeitig erreichen konnte. Angst überkam mich, als ich mir das Schlimmste ausmalte. Ich sprintete los und hatte das Gefühl, dass meine Beine wie mit Bleibeschwert waren. Ich beobachtete mit Erstaunen, wie Beferlei sich mit einer Geschwindigkeit bewegte, die ich für jemanden in ihrem Alter nicht für möglich gehalten hätte. Sie stürzte sich auf den Hund und stieß ihn von Emi weg. Dabei wurde sie jedoch zum neuen Ziel der Aggression des Hundes. Während sie darum rang, die Zähne des Hundes von ihrem Gesicht und ihrer Kehle fernzuhalten, klammerte sich Beferlei verzweifelt an das Halsband, während die Krallen des Hundes Verwüstung anrichteten. Der Pitbull, massiv und kräftig, war Beaverleys Kraft ebenbürtig. Ihre Hilfeschreie halten wieder, als ihr Griff schwächer wurde. In diesem Moment griff der Besitzer des Hundes ein, leinte den Hund an und zog ihn weg. Meine unmittelbare Sorge galt Emi. Sie weinte, aber bei näherer Betrachtung schien sie nur Kratzer und zerrissene Kleidung zu haben. Ich hielt sie fest, mein Sohn klammerte sich an mein Bein. Wir eilten zu dem Ort, an dem Beferlei lag, völlig ausgelaugt von dem Kampf. Blut befleckte verschiedene Teile ihres Körpers und sickerte durch die Kleidung. Der Besitzer des Hundes, der sich nun entschuldigte, erklärte das untypische Verhalten des Hundes und hielt den bellenden Hund fest, der sich auf Beferlei stürzte. Aus Angst vor einem weiteren Angriff forderte ich ihn auf, seinen Hund wegzubringen. Sowohl Emi als auch Beferlei waren sichtlich traumatisiert. Emi, die sich anfangs an mich klammerte, wurde unruhig, drängte und weinte, bis sie Beferlei erreichte, und bestand darauf, festgehalten zu werden, obwohl Beferlei wegen ihrer blutigen Kleidung protestierte. Die Polizei und ein Krankenwagen trafen kurz darauf ein. Biverlys Verletzungen waren so schwer, dass die Sanitäter zu einem sofortigen Transport in die Notaufnahme rieten. Emi weigerte sich beharrlich, sich von Beferlei zu trennen, und so wurden beide mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Mein Sohn und ich blieben zurück, um mit der Polizei über den Vorfall zu sprechen, bevor wir ins Krankenhaus eilten. Einer der Beamten teilte uns mit, dass sie sich mit dem Besitzer des Hundes in Verbindung gesetzt hatten und dieser bestätigte, dass der Hund gegen Tollwut geimpft war. Ich war erleichtert. Ich erinnerte mich an die Qualen der Impfungen wegen einer möglichen Tollwut-Exposition und war dankbar, dass Emi das nicht auch noch ertragen musste. Als wir die Notaufnahme betraten, war Emi mit Verbänden aus Comicfiguren geschmückt und sichtlich erschüttert, aber beruhigt. Beferlei hatte größere Wunden, die genäht werden mussten, also wartete ich, bis die Krankenschwestern fertig waren, bevor ich mich ihr nährte. Ich versuchte, Emi sanft zu beruhigen, aber sie klammerte sich an Beferlei und schrie nach Momi, während Beferlei sofort in Tränen ausbrach. Da ich mir Sorgen machte, dass sich Biverlys Verletzungen verschlimmern könnten, fragte ich sie, aber sie wies mich auf etwas anderes hin. Hast du gehört, wie Emi mich genannt hat? Als ich merkte, dass Emi das Beferlei weggelassen hatte, vermutete ich. Diesmal nur Momi? Ja. Es ist das erste Mal, dass sie Beferlei weggelassen hat. Trey, ich glaube, das bedeutet, dass sie mich jetzt als ihre Momi sieht. Bei dieser Erkenntnis stiegen mir die Tränen in die Augen. In dieser Nacht teilten sich Emi und Beferlei zum Trostarmysbett, eine Routine, die eine Weile andauerte. Die Nächte waren hart. Albträume verfolgten sie beide von dem Angriff des Hundes. Sie unterstützten sich gegenseitig, so gut sie konnten. Mein Sohn Trey zog es vor, in meinem Bett zu schlafen, da Emi bei Beferlei sein konnte. Es dauerte einige Wochen, bis Beferlei und ich uns ein Bett teilten. Wir ließen die Tür offen, falls die Kinder Beruhigung brauchten. Tagsüber achtete ich darauf, Beferlei für ihren schnellen Mut zu loben, mit dem sie Emi gerettet hatte, und ich lobte Emi für ihren Mut. Überraschenderweise fühlte sich Beferlei schuldig, weil sie die Gefahr nicht erkannt hatte, und gab sich die Schuld daran, dass Emi entkommen war. Trotz meiner Beschwichtigungen lief sie in meiner Nähe wie auf Eischalen. Da ich nicht wusste, wie ich ihr die Angst nehmen konnte, erinnerte ich mich an etwas, das wir besprochen, aber noch nicht getan hatten. Ein paar Tage später sprach ich Beferlei in einem ernsten Ton an. Ihr Gesichtsausdruck verwandelte sich augenblicklich in einen Ausdruck der Verzweiflung. Eine Welle der Besorgnis überkam mich, denn ich fragte mich, ob Alfred mit diesen Worten das Thema Scheidung angesprochen haben könnte. Sie entschuldigte sich ausgiebig, gab Emi die Schuld an ihrer Verletzung und bat darum, nicht weggeschickt zu werden, wobei ihr die Tränen über das Gesicht liefen. Beferlei, es ist nicht so, wie du denkst. Diese Papiere, sieh sie dir an. Ich reichte ihr den Umschlag. Scheidungspapiere, richtig? Ich verstehe dich, Dreh. Es tut mir alles sehr leid. Bitte verzeih mir. Ich kann es nicht ertragen, die Kinder oder dich zu verlassen. Ihre Gefühle überwältigten sie, so verzweifelt hatte ich sie noch nie gesehen. Bitte, lies einfach die Papiere, drängte ich und versuchte, sie zu beruhigen. Durch ihre Tränen hindurch griff sie nach dem Umschlag und nahm das Schlimmste an. Wenn du das willst, dann gut. Ich werde tun, was das Beste für die Kinder ist. Sie untersuchte die Papiere, der Schock stand ihr ins Gesicht geschrieben. Sie hatte Mühe zu sprechen und rief schließlich aus. Das sind Adoptionspapiere. Damit gehören die Kinder rechtlich gesehen uns beiden. Ihre Stimmung änderte sich schlagartig. Sie umarmte und küßte mich heftig, dann verkündete sie mit einem spielerischen Schimpfen ihren Plan für die Bestrafung. Unnötig zu sagen, dass es alles andere als eine Bestrafung war. Am nächsten Tag erfreute ich mich an dem Gedanken, dass unsere Familie nach einem erschütternden Ereignis stärker geworden war. Ich bemerkte jedoch nicht die subtilen Veränderungen in Beverlys Verhalten, die vielleicht durch den intensiven emotionalen Wirbelwind des Angriffs und der Adoption ausgelöst wurden. Als ich später darüber nachdachte, wurde mir klar, dass Beverlys heftiger Gefühlsausbruch der Beginn eines neuen Zyklus ihrer Krankheit gewesen sein könnte, der durch die jüngsten Ereignisse noch verschlimmert wurde. Zuvor hatte ich Alfreds Warnung über Beverlys Zustand ignoriert, aber nach dem Vorfall in der Reinigung begann ich, genauer auf ihr Verhalten und ihre Worte zu achten. Vor unserer Haustür stapelten sich die Pakete. Beverly hatte eine Faszination für HGTV-Tagessendungen entwickelt und sah sich aufgrund ihres eingeschränkten Schlafrhythmus bis spät in die Nacht hinein Werbespots an. Schon bald war unsere Küche für zwei Haushalte ausgestattet, wir hatten zwei Geräte zur Entfernung von Ohrenschmalz und eine Nasenspülmaschine gegen Allergien, die wir nicht einmal hatten. Unsere Musiksammlung wurde um CDs aus den 50er bis 80er Jahren erweitert. Ein Nachbar erzählte von einem seltsamen Anblick. Beverly wartete im Garten, als ob sie eine Lieferung erwartete. Sie war so überzeugt davon, dass ein bestimmtes Paket kommen würde, dass sie einen vorbeifahrenden UPS-LKW anhielt, um nach ihrer erwarteten Lieferung zu suchen. Unnötig zu sagen, dass der Fahrer nicht erfreut war. Wenn Beverly nicht gerade um 2.0 Uhr morgens Möbel umstellte, renovierte sie Zimmer oder gestaltete den Garten. Der Landschaftsgärtner hätte wegen ihrer intensiven Betreuung fast gekündigt. Ich lernte, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Es beschäftigte sie, das Haus sah toll aus, und ich konnte es mir leisten. Ich gebe zu, dass ich etwas eingeschüchtert war, ihr gegenüber zu treten. Bei einem Abendessen überraschte uns Beverly mit einem Aufstrich, der einen Veganer erfreut, einen Fleischfresser aber entsetzt hätte. Die Kinder weigerten sich, bis Beverly mit einem Dessert als Anreiz lockte. Sie hätten es besser wissen müssen, desserts enthalten normalerweise nicht das Wort Spinat in ihren Zutaten. Sie war verärgert, gab aber schließlich auf, die gesunden Mahlzeiten zu erzwingen, wahrscheinlich weil Bio-Lebensmittel nicht nur gesund, sondern auch teuer waren. Ich vermute, dass ihr die politisch korrekten Mahlzeiten selbst nicht schmeckten, aber sie wollte es uns gegenüber nicht zugeben. Unser heftigster Streit in dieser Zeit entzündete sich an Fotos. Als ich eines Abends nach Hause kam, stellte ich fest, dass Beverly den Kaminsims und die Wandfotos, auf denen meine Ex-Frau, die Mutter der Kinder, abgebildet war, durch Bilder unserer neuen Familie ersetzt hatte. Es kostete mich jedes Quäntchen Beherrschung, sie nicht sofort zur Rede zu stellen. Ich erkundigte mich so ruhig wie möglich nach dem Verbleib der alten Fotos. Wenn sie sie entsorgt hatte, bezweifelte ich, dass ich meine Wut kontrollieren konnte. Keine Sorge. Ich habe sie nicht weggeworfen. Sie sind in einer Kiste auf dem Dachboden. Dreh, es ist an der Zeit, dass wir als Familie weitermachen. Ich bin jetzt die Ehefrau und Mutter. Wir vier müssen uns gemeinsam weiterentwickeln. Es ist nicht hilfreich, die Bilder deiner ersten Frau hier zu haben. Ich habe sie nie gekannt, aber ich glaube, sie würde wollen, dass ihr drei weitermacht. Ich zählte in meinem Kopf bis 100, um mich zu beruhigen. Beverleih, das ist eine Situation, in der du mich zuerst hättest konsultieren sollen. Ich mache mir Sorgen, was die Kinder denken könnten. Ich stellte ihre Entscheidung in Frage, was sich als Fehler herausstellte. Nun, entschuldigen Sie mich, Mister. Jemand sollte sich auf das Leben dieser Ehe konzentrieren und nicht auf die Erinnerung an eine ehemalige Ehefrau und Mutter. Die Kinder haben mich nach den Bildern gefragt, und ich habe ihnen erklärt, dass sie dich zu traurig gemacht haben. Sie haben es verstanden und seitdem nicht mehr darüber gesprochen. Für den Rest des Abends zog ich mich in mein Arbeitszimmer zurück. Die Tatsache, dass sie vielleicht die richtige Entscheidung getroffen hatte, machte es nur noch schwieriger. Erstaunlicherweise verbesserte sich unser Liebesleben in dieser Zeit. Beverleys Verlangen nach Sex wurde immer häufiger und leidenschaftlicher, was mich dazu veranlasste, spezielle Drogen zu nehmen, um mit ihr Schritt zu halten. Obwohl ich mit dem Gefühl kämpfte, dass ich ihre Krankheit ausnutzen könnte, war es der erfüllendste Sex, den ich je erlebt hatte. Bedenken kamen auf, als ich herausstellte, dass das, was ich anfangs für eine spielerische Neckerei hielt, nämlich dass sie einen anderen Mann bräuchte, um sie zu befriedigen, kein Scherz war. Ich überlegte, wie ich herausfinden könnte, ob sie fremdging, Kameras, digitale Aufnahmegeräte, Privatdetektive, aber es stellte sich heraus, dass ich nichts davon brauchte. Eines Tages kündigte sie beiläufig an, dass sie am Freitagabend tanzen gehen wolle. Da sie kein Fan vom Tanzen war und wusste, dass jemand bei den Kindern bleiben musste, wollte sie allein gehen. Wieder beschloss ich, sie nicht herauszufordern, weil ich ihren möglichen Zorn fürchtete. Aber mein Schweigen schien ihr zu signalisieren, dass sie nicht nur mit anderen Männern tanzte, sondern auch anderweitig Befriedigung suchte. Als ich eines Abends nach Hause kam, fand ich einen Fremden auf meiner Couch im Wohnzimmer sitzen. Beverlei schlenderte aus der Küche herein und stellte ihn als ihren Liebhaber Ben vor, so beiläufig, als würde sie einen neuen Frisier vorstellen. Warte, hast du gerade gesagt, er sei dein Liebhaber? Dreh, ich weiß deine Bemühungen, um unser Sexleben zu schätzen. Es geht nicht darum, dass ich etwas Besseres oder anderes brauche, nur mehr. Ich erwähnte, dass ich zusätzliche Intimität finden würde. In den letzten Wochen hat Ben dieses Bedürfnis befriedigt. Wir haben vor, das fortzusetzen, aber die Hotelzimmer werden immer teurer. Wir brauchen einen Zeitplan, bei dem du und die Kinder weg seid, wenn Ben hier ist. Du erwartest von mir, dass ich dem zustimme? Ernsthaft? Komm schon, TU nicht so, als ob du nicht mit einigen der Frauen in deinem Büro fremdgegangen wärst. Diese langen Nächte und Konferenzen bedeuten etwas. Ich habe dich doch nicht deswegen geärgert, oder? Ich kann dir sagen, dass ich mit keiner anderen zusammen war, weil ich es nicht war. Und lenken sie nicht ab. Du hast gerade zugegeben, dass du mit diesem Typen fremdgegangen bist. Betrügen? Dreh, du weißt, dass ich dich nicht betrügen würde. Ich ergänze nur, was ich im Bett brauche. Du gibst mir, was du kannst, und Ben erfüllt mir den Rest. Es ist kein Betrug, also kein Grund, es zu verbergen. Ich dachte, du solltest ihn kennenlernen, da du ihn vielleicht triffst. Ihr beide habt gemeinsame Interessen, ihr könntet Freunde werden. Ben stand auf, lächelte und streckte seine Hand aus, um meine zu schütteln. Ich ging auf Ben zu und verpasste ihm einen Schlag auf die Nase. Während Bifferleih sich um seine blutige Nase kümmerte, entschuldigte ich mich und eilte nach draußen in den Hinterhof. Ich trommelte schnell die Kinder zusammen, wir schlichen leise zu meinem Auto und fuhren in aller Eile davon. Ich ignorierte Beverleys Anrufe auf meinem klingelnden Mobiltelefon und fuhr zu einem Motel, wobei ich unseren Aufenthaltsort bewusst geheim hielt. In den folgenden Wochen wandte sich Bifferleih an jeden, den wir kannten, und spinnte Geschichten, in denen ich als das Böse schlechthin hingestellt wurde, bis hin zu einem unbekannten 911-Entführer. Diejenigen, die mit ihrer Geschichte von unberechenbarem Verhalten nicht vertraut waren, glaubten ihr, was dazu führte, dass die Leute mich mieden. Glücklicherweise erkannten diejenigen, die sie kannten, dass etwas nicht stimmte. Zum Glück war die Polizei mit ihr vertraut und sprach mit mir. Um die Kinder vor Beverleys dunkler Seite und den abscheulichen Dingen, die sie über mich sagte, zu schützen, zogen wir in verschiedene Motels. Sie gab viel Geld für Anwälte aus, um das Sorgerecht zu bekommen, und ich musste dasselbe tun. Unsere Gespräche endeten in der Regel damit, dass ich sie aufforderte, sich Hilfe zu suchen, was sie zwar wütend machte, sie aber vorübergehend zum Schweigen brachte. Ich sorgte dafür, dass sie die Kinder sehen konnte, wehrte mich aber entschieden gegen ihre überzogenen Forderungen. Die Androhung einer einstweiligen Verfügung bremste ihre Aufdringlichkeit. Alfred bot mir seine Hilfe an, da er das Verfahren selbst durchlaufen hatte. Diese Verfügung hätte ihr untersagt, mit mir oder den Kindern Kontakt aufzunehmen. Ich überwachte ihre Interaktionen mit den Kindern genau. Wenn sie während eines Gesprächs unangemessen abschweifte, beendete ich den Besuch sofort. Mit der Zeit lernte sie, die gemeinsame Zeit zu schätzen, ohne den Vater zu verunimpfen. Der Wendepunkt kam, als sie ihren Liebhaber wegen einer Bagatelle angriff. Er hatte ihre Exzentrizitäten wegen der körperlichen Beziehung toleriert. Doch eines Nachts wurde sie handgreiflich, und er schlug aggressiv zurück. Sie landete in der Notaufnahme, und ich wurde gerufen, um mit ihrem Arzt zu sprechen. Ben wurde verhaftet und verschwand, nachdem er eine Kaution hinterlegt hatte. Der Arzt, der sie in der Notaufnahme behandelte, erzählte, dass sie während der Untersuchung über Selbstmord nachgedacht hatte. Das Auftreten von Depressionen führte zu einer Selbsterkenntnis über ihr jüngstes Verhalten mir, den Kindern und ihrem Liebhaber gegenüber. Sie verbrachte viel Zeit mit Tränen und flehte um Erlösung von ihrem Leiden. Es wurde eine Verlegung in das ihr vertraute psychiatrische Krankenhaus empfohlen, und ich stimmte zu, indem ich eine Notfallvormundschaft erhielt. Als mir angeboten wurde, sie vor ihrer Verlegung zu besuchen, nahm ich das Angebot an. Als ich das Behandlungszimmer betrat, lag Beferlei zusammengerollt in Fütterstellung auf dem Bett und schluchzte unkontrolliert. Es tut mir so leid, Trä. Ich weiß nicht, warum ich so etwas tue. Geht es den Kindern gut? Was hast du ihnen über mich erzählt? Hast du gesagt, ich sei verrückt? Ich habe ihnen gesagt, dass es dir nicht gut geht. Wenn ich sie das nächste Mal sehe, werde ich ihnen erklären, dass du in Behandlung bist, damit es dir besser geht. Ich hielt meine Gefühle zurück und fragte weiter. Wie geht es dir jetzt? Ich will nur, dass es aufhört. Sie hätten mich gehen lassen sollen. Das ist das Beste für alle. Ich habe dir und den Kindern so sehr wehgetan. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Dinge getan habe. Sich einen Liebhaber zu nehmen und ihn vor dir zur Schau zu stellen. Ich war so krank, aber ich habe es nicht gemerkt. Trä, warum hast du mir nicht gesagt, wie falsch ich gehandelt habe und mich gedrängt, Hilfe zu suchen? Ich habe es versucht, aber du warst von deinem Handeln überzeugt. Du warst dir deiner Sache so sicher, dass du nicht über sie hinaussehen konntest. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also habe ich gewartet, bis du runterkommst. Nun, warte nicht länger. Reiche die Scheidung ein. Ich will nichts, aber ich möchte wissen, wie es den Kindern geht. Ich muss dich weiterziehen lassen und jemanden zuverlässigen finden. Einen Gefallen, auch wenn ich ihn nicht verdiene. Sag meinen kleinen Engeln, dass ich sie liebe, bitte. Natürlich, das werde ich ihnen sagen. Sie lieben dich und hoffen, dass du wieder gesund wirst. Ihre Worte lösten bei Beverleih weitere Tränen und Entschuldigungen aus. Mit der Zeit wurde ihr Weinen und Reden leiser. Dann sprach sie wieder. Trä, du musst mir zuliebe nicht bleiben. Warum gehst du jetzt nicht nach Hause, kümmerst dich um deine Kinder und machst mit deinem Leben weiter? Du bist noch jung genug, um eine andere Frau zu finden, die die Ehefrau sein kann, die du brauchst, und die Mutter, die unsere Kinder verdienen. Wir wollen keine andere. Wir werden warten. Bitte nicht. Ich bin es nicht wert. Ich bin es einfach nicht. Wir warteten mehrere Monate und schließlich zeigte Beverleih eine deutliche Verbesserung, wenn auch mit einem ruhigeren Verhalten. Ihre neuen Medikamente dämpften ihre übliche hohe Energie. Das Leben kehrte zu einer gewissen Zufriedenheit zurück, wenn auch mit dem Bewusstsein, dass ihre Krankheit wieder aufzutauchen drohte. Es war ein unruhiger Frieden, der jeden Tag mit Beverleih so genoss, wie er kam. Jahre später brach der Zyklus ihrer manischen Depression aus, als die Kinder im College waren. Man weiß nicht genau, was der Auslöser war, aber es könnte ihre Reaktion auf das Emptiness-Syndrom gewesen sein. Dieses Mal schien ihr älterer Körper während der manischen Phase schneller zu ermüden. Tragischerweise endete diese Episode mit ihrem erfolgreichen Selbstmord während eines Anfalls von Depression zu Hause. Trotz Anzeichen der Besserung überzeugte sie mich, lieber zur Arbeit zu gehen, als bei ihr zu bleiben. Sie wusste genau, was sie sagen musste. Ich hatte von meinem Büro aus nach ihr gesehen, aber es war zu spät, als ich nach Hause kam und sie lieblos in der Badewanne fand, Stunden nachdem sie gestorben war. Sie hinterließ eine kurze Notiz. Es tut mir leid, dass ich nicht hier sein werde, um das Chaos aufzuräumen, das ich anrichte. Sie hatte Reinigungsmittel neben die Badewanne gelegt, für denjenigen, der aufräumen würde. Ich brach in Tränen aus. Beverleih wünschte sich eine Einäscherung. Zwei Urnen standen auf einem Tisch. Ihre ersten Kinder nahmen eine Urne, nachdem sie in Erinnerungen an ihre Zeit mit ihr geschwelgt hatten. Meine Kinder erzählten von ihren schönsten Erinnerungen an Mama Beverleih, bevor sie ihre Urne nahmen. Sie erklärten sich bereit, jeweils die Hälfte der Asche neben Alfred und mir zu begraben, wenn unsere Zeit gekommen war. Emily hatte einen Teller mit Beverly's Schokoladen-Pekanus-Keksen gebacken und ihn auf den Tisch gestellt. Sie sagte, sie müsse das tun, weil Mami Beverleih so viel für sie getan habe. Ich habe mich gefreut, Alfred bei der Beerdigung mit seinen und Beverly's Kindern zu sehen. Ich glaube, er hat genauso viele Tränen vergossen wie alle anderen. Beverleih war eine besondere Frau. Sie hatte die Bürde, nach jedem Zyklus zu wissen, dass es wahrscheinlich wieder passieren würde, sie würde sich schlecht benehmen, wenn sie die manische Seite des Außerkontrollegeratens nicht erkannte. Trotzdem hat sie zwei erfolgreiche Kinder großgezogen und zwei Ehemänner glücklich gemacht, die meiste Zeit über. Obwohl es schwierig war, habe ich es nie bereut, darauf gewartet zu haben, dass sie aus ihrem Zyklus herauskommt. Ich wünschte nur, ich hätte sie in dieser letzten Zeit besser im Auge behalten. Das ist das, was ich an meiner Beziehung zu Beverleih am meisten bedauere. Die Wahrheit ist, dass sie die guten Zeiten es wert waren, die schlechten Zeiten zu ertragen. Ruhe in Frieden, Beverleih, Ruhe in Frieden.